Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, Peter Heinrich von easydav.de. Ein Besuch auf meiner Website lohnt sich immer, wenn ihr sehr gute Lernhilfen für Deutsch als Fremdsprache sucht. So, heute ist unser Thema das Partizip 2. Vorab noch der Hinweis, unsere easydav Campusmitglieder kennen dieses Video schon. Ich habe es vorab veröffentlicht und natürlich vollkommen ohne Werbung und mit sehr sehr viel Übungsmaterial dazu. Ihr kennt wahrscheinlich schon den besten Weg in den Campus, das ist unser kostenloser Gedächtniscrashkurs für deutsche Grammatik. Hier wird alles eingeblendet, ihr könnt euch wirklich kostenlos dort eintragen und von dort gibt es auch einen sehr günstigen Weg zum vollwertigen Campusmitglied, wo ihr all die guten Sachen völlig ohne Werbung kriegt und auf sehr sehr hohem Niveau. Okay, wir schauen uns mal die Sache an. Es geht wie gesagt um das Partizip 2. Ihr braucht das zur Bildung des Perfekts und des Plusquamperfekt. Beides ist aber nicht unser Thema in diesem Video. Trotzdem erkläre ich mal kurz den Kontext nochmal. Wir haben hier einen einfachen Satz im Präsens. Du lernst Deutsch und das Verb will ich gleich mal markieren. Es steht ja auf Position 2. In jedem Hauptsatz steht das konjugierte Verb auf Position 2. Und wenn ich daraus jetzt zum Beispiel das Perfekt machen möchte, habe ich hier mal markiert, den Satz müssen wir noch ergänzen, dann wandert dieses konjugierte Verb von Position 2 ans Satzende. Und zwar in Form eines Partizip 2. Und so schreiben wir es jetzt mal hier hin. Dann heißt es Gelernt. Und das nennen wir Partizip 2. So heißt diese Verbform. Und diese steht immer am Satzende. Und sie kann sich nicht mehr weiter ändern, egal wie unser Subjekt aussieht. Und jetzt haben wir ja hier eine Leerstelle auf Position 2. Die müssen wir füllen. Und hier schreiben wir jetzt die konjugierte Form eines Hilfsverbs. Entweder von haben oder des Hilfsverbs sein. Tragen wir hier ein. Wie gesagt, ist das kein Video zum Perfekt. Wenn ihr effizient lernen wollt, mit welchem Hilfsverb ein Verb das Perfekt oder Plusquamperfekt bildet, dann hilft euch hier Hamlet sehr gut dabei. Und wie das alles funktioniert, lernt ihr in meinem Online-Buch Deutsch mit Nemotechniken, das ihr im Campus findet. Den Weg dahin kennt ihr über einen kostenlosen Gedächtnis-Crashkurs für deutsche Grammatik. Tragt euch ruhig dort ein. Es ist wirklich kostenlos. So. Lernen geht also mit haben. Es verwendet das Hilfsverb haben. Und das müssen wir auch konjugieren. So, das war die Post. Also, wo waren wir beim Hilfsverb haben? Ihr seht, es muss konjugiert werden. Du hast. Das hier ist die Personalendung. Wenn hier ein anderes Subjekt steht, zum Beispiel ich, dann muss es heißen habe. Und er, sie, es hat und so weiter. Also Position 2 wird konjugiert. Es erhält eine Personalendung. Am Ende steht nun das Partizip 2. Die ist fix. Die bleibt immer gleich. Du hast gelernt. Wir haben gelernt. Ihr habt gelernt. Gelernt, gelernt. Bleibt immer gleich am Ende. Und da wir verschiedene Verbklassen haben im Deutschen, gibt es auch verschiedene Regeln, wie man dieses Partizip hier bildet. Und genau darum geht es jetzt. Jetzt lasst uns zur nächsten Folie gehen. Ich habe euch hier eine kleine Tabelle angelegt. Hier ist jedes Mal so die Verbkategorie. Es geht erstmal um schwache Verben. Und klar, im Wörterbuch steht immer die erste Form, das ist der Infinitiv Lernen. Und dann würde hier das Präteritum stehen. Lernte. Und die dritte Verbform ist dann das Partizip gelernt. Ich konzentriere mich in diesem Video auf diese beiden Formen, weil das Präteritum auch immer ein bisschen anders aussehen kann bei verschiedenen Verben. Aber die Bildungsregeln des Partizips, die bleiben doch gleich. So. Schauen wir uns das einfach mal konkret an. Schwache Verben bilden das Partizip mit der Vorsilbe GE und am Ende wird einfach ein T dran gehängt und wie gesagt, bleibt das dann immer gleich in allen Konjugationsformen. Starke Verben verwenden auch ein GE am Anfang, aber am Ende kein T, sondern ein EN getrunken. Mischverben, das ist eine Mischung zwischen stark und schwach. Sie bilden, sie haben die gleiche Vorsilbe und das gleiche Suffix, also die Endung, wie bei den schwachen Verben GE und T, GE und T, aber sie ändern ihren Stammvokal. Das ist ja auch das Merkmal der starken Verben. Sie können ihren Stammvokal in den verschiedenen Formen ändern. Jedes Verb funktioniert dann ein bisschen anders, das heißt, das U gehört nicht zur Regel. Die Regel für das Partizip ist das GE und das EN am Ende. Bei den Mischverben eben haben wir auch das GE, aber das T wie bei den schwachen Verben und zusätzlich eine Vokaländerung hier. Das nennt man Mischverben. Es gibt eine Reihe von Mischverben in Deutschen, im Deutschen nicht so viele, aber wir können das jetzt hier auch nicht im Detail ausbreiten. Dann gehen wir zu den trennbaren Verben. Ausfüllen ist ein trennbares Verb. Die haben ihre eigenen Regeln, weil sie eine Vorsilbe verwenden. Dann kommt der Verbstamm und dann die Endung. Wir schauen uns das mal in Aktion an, das Verb ausfüllen. So heißt es im Infinitiv. Sobald ich hieraus nun einen Satz mache, verwende ich nur noch den Verbstamm auf Position 2. Du füllst. Das ist die konjugierte Form. Nun, du füllst. Ich fülle. Er, sie, es füllt. Die Endung ändert sich jeweils. Und die Vorsilbe, die sogenannte, die wandert jetzt ans Ende. Hier schreiben wir also aus hin. So funktionieren trennbare Verben. Sie haben im Infinitiv noch eine Vorsilbe und sobald ich aus diesem Verb einen Satz bilde, sobald ich es also konjugiere, trenne ich die Vorsilbe ab und sie wandert ans Ende. Dementsprechend wird auch bei der Partizip-Bildung die Vorsilbe zunächst einmal abgetrennt. Danach geht es dann weiter wie bei den anderen, wie bei den schwachen Verben. Wir haben ein GE und ein T am Ende. Ausgefüllt. Jetzt muss ich gerade mal kurz nachdenken. Ja, genau. Auch bei den starken Verben haben wir, also sie benutzen genau diese Regeln der schwachen und starken Verben, aber das GE kommt eben immer nach der Vorsilbe. Und danach geht es dann weiter mit einer T-Endung oder wenn es ein starkes, trennbares Verb ist, das gibt es auch, du kannst aus Trinken ein starkes Verb machen, zum Beispiel mit der Vorsilbe aus. Dann heißt das Verb austrinken und im Partizip würde es dann ausgetrunken heißen. Also die Partizip-Regeln bleiben gleich, je nachdem, ob es ein starkes oder schwaches Verb ist. Aber die Vorsilbe kommt jeweils auch vor das GE. Das ist die wichtige Regel hierbei. Ich mache das wieder weg. Und wir gehen weiter zu den untrennbaren Verben. Es gibt Verben mit Vorsilbe, die aber nicht trennbar sind. Ja, und auch dazu habe ich ein sehr ausführliches Video in unserem Campus gemacht mit einer super Merkhilfe. Als kleiner Tipp, dieser Hund kann euch sehr gut dabei helfen, die wichtigsten untrennbaren Vorsilben gut euch zu merken. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. Kommt in unseren kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik. Hier wird es nochmal eingeblendet. Dort kriegt ihr schon vier kostenlose Videos und vor allem auch sehr effiziente Lernhilfen für gute Grammatik, für wichtige Grammatikregeln. Und von dort aus kriegt ihr auch ein sehr gutes Angebot für unsere Premium-Mitgliedschaft in unserem EasyDAF Campus. Also trennbare Verben, Quatsch, untrennbare Verben. Die bekommen keine weitere Vor- oder Nachsilbe, aber hier kann sich der Stammvokal ändern. Also Sprechen ist eben schon mal ein untrennbar, ein starkes Verb. Deswegen ändert es den Stammvokal. Lasst mich kurz nachdenken, ob mir ein schwaches, untrennbares Verb einfällt. Ja, zum Beispiel das Verb verlernen. Das hängt dann einfach am Ende das T an. Also auch hier wieder dieselben Regeln wie bei schwach oder stark, aber es gibt keine GE-Vorsilbe. Das ist hier die Regel bei den untrennbaren Verben. Also du kannst starke oder schwache Verben mit einer Vorsilbe verwenden, die man nicht abtrennen darf und dann bleibt die Regelung am Ende gleich. Aber am Anfang, da man das ja nicht abtrennen kann, kann man auch keine GE-Endung einfügen. Vielleicht kann man sich so merken. Okay, das ist die Regel für untrennbare Verben mit Vorsilbe. Dann haben wir die sogenannten Irren-Verben. Telefonieren, markieren und so weiter. die haben immer ein Irren am Ende. Die bekommen auch kein GE davor, aber ein T am Ende. Dann haben wir noch das Sonderverb sein. Das ist sehr interessant, weil das als Hilfsverb von einem anderen Verbstamm gebildet wird, nämlich von dem Infinitiv Wesen. Der ist uralt, den verwenden wir eigentlich nur noch als Variante, zum Beispiel im Verwesen. Wenn ein toter Körper aus dem Sein vergeht, dann nennt man das Verwesen. Er verschwindet, er löst sich auf. Und ja, das ist jetzt für euch zu hohes Niveau. Ihr sollt nur wissen, dass es tatsächlich von einem anderen, von einer anderen Bedeutung von Sein abgeleitet ist. Da Infinitiv heißt dann tatsächlich Wesen sich im Sein befinden, kontinuierlich im Sein sein. Das ist ein bisschen philosophisch. Auf jeden Fall ist das Partizip von Sein aus diesem Grund gewesen. Es erklärt sich also daher nochmal, ich wiederhole es, dass dieses Wesen überhaupt nichts mit diesem Stamm mehr zu tun hat. Es ist, die Grundlage ist ein anderes Verb. Dann noch das Hilfsverb werden. Wenn ich werden als Hilfsverb verwende, heißt es einfach nur worden ohne GE. Es gibt auch das Partizip geworden, das leitet sich aber vom Vollverb werden ab. Das ist jetzt aber auch nicht das Thema unseres Videos. Wir wollen nicht auf zu viele Seitenäste kriechen. So, wir bleiben also beim Hilfsverb werden geworden, Quatsch, worden und noch die Modalverben, die bleiben einfach gleich. Sie sehen genauso aus wie im Infinitiv, sind aber dann Partizipien. Das ergibt sich dann aus dem Kontext. Gut, das war es zu diesen Verben. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit der Übung. Unsere YouTube-Freunde nehme ich jetzt noch mit in unseren Campus und wir gehen mal ein Übungsset durch. Ich habe das Video aufgenommen anlässlich einer der Veröffentlichung neuer Übungen auf A1-Niveau, wo wir einfach mal das Einsetzen des Hilfsverbs und des Partizips üben. Und das Partizip ist eben schon gar nicht so leicht wegen der verschiedenen Verbklassen. Dazu gehen wir mal auf meinen Bildschirm jetzt. So, und hier sind wir jetzt in diesem Bereich, wo das intensiv geübt wird. Erstmal geht es nur um schwache Verben. Es kommen noch jede Menge weitere Übungen hinzu, auch mit anderen Verben, Verbarten natürlich. So, hier ist, du siehst, es gibt 16 einzelne Übungen in diesem Set. Hier ist der Arbeitsauftrag. Ergänze den Satz, sodass das korrekte Perfekt dieses Verbs gebildet wird. Es geht um das Verb einordnen. Wir haben hier gleich ein trennbares Verb und du musst diese Stelle nun ausfüllen. Hier musst du auch mal ein Possessivpronomen ergänzen, damit es nicht ganz so langweilig wird, aber in der Regel müssen wir nur das Hilfsverb und das Partizip ausfüllen. Wenn dir das jetzt hier schon ein bisschen zu viel ist, dann kannst du erst mal zuhören. Mein Bruder hat gestern seine Bücher in sein Regal eingeordnet. Okay, jetzt haben wir gehört, was da reinkommt. Mein Bruder hat gestern seine Bücher in sein Regal eingeordnet. Wenn du ganz unsicher bist, schaust du noch hier in den Tipp. Hier haben wir erst mal die Lösung, was eingetragen werden muss. Hat dieses Ein gehört natürlich zu Sein, aber das S steht schon in der Übung. Und eingeordnet ist dann das Partizip. Und hier hast du die gesamte Tabelle der Possessivpronomen noch einmal, wenn du dir da unsicher bist. Wir machen es wieder zu. Jetzt trage ich das hier ein. Mein Bruder hat Bücher in Sein. Siehst insgesamt ergibt es jetzt Sein. Das S steht aber schon hier. Und eingeordnet. Und jetzt gehen wir weiter. Produzieren Schau, hier haben wir ein Ihren Verb. Also der Musikproduzent hat den Song mit einer jungen Sängerin neu produziert. Und weiter. Hier müssen wir wieder das Personalpronomen ergänzen. Mein investieren ist wieder ein Ihren Verb. Mein Großvater hat investiert. Und weiter. Erklären ist nun ein untrennbares Verb mit einer Vorsilbe. Wir hören mal rein. Marie hat ihrem Freund die Regeln genau erklärt. Und hier im Tipp sehen wir auch die Lösung erklärt. Also kein GE. Vorstellen ist ein trennbares Verb. Weiter. Ordnen seine nach Sachgebieten geordnet. Hör ruhig immer wieder mal rein. Der Professor hat seine Bücher nach Sachgebieten geordnet. Und sprich das immer wieder mal nach, damit du lernst, das Recht schnell auch auszusprechen. Korrekt. Der Professor hat seine Bücher nach Sachgebieten geordnet. Und wir machen weiter. Üben ist ein ganz normales schwaches Verb nun, ohne Besonderheiten. Aber hier können wir jetzt auch die Präposition mal noch ergänzen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Für eine Uhrzeit hat heute morgen um sieben Uhr Klavier geübt. Konstruiert ist wieder ein Ihren Verb. Also kein GE. Noch mal ein Ihren Verb. Spielen schwaches ganz normales Markieren ist wieder ein Ihren Verb. Die Schüler haben die Verben gelb markiert. Auslösen ist wieder ein trennbares Verb. Der Dieb hat aus Versehen den Alarm ausgelöst. Wieder ein Possessivpronomen ergänzen. Meine Tante hat und wieder ein Ihren Verb die Familie vor dem neuen Haus fotografiert. Der Junge hat seinem Vater nichts von seinen Problemen gesagt. Und du musst hier nicht immer noch einen Punkt eintragen. Das ist nicht nötig, denn hier haben wir ja den Punkt schon auf der Karte. Meine Freunde haben Vokabeln gelernt. Meine Freunde haben gestern mit mir die Vokabeln gelernt. Und die letzte Übung der Patient hat seine Übungen wieder nicht gemacht. So und jetzt können wir hier auf Beenden klicken und schauen mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Aha, 16 von 16 Punkten erreicht, Gott sei Dank. Falls du hier nicht 16 volle Punktzahl hast, kannst du dir die Fragen ansehen und die korrekte Lösung dir nochmal anschauen und hier kannst du einfach auch den Test wieder von vorne starten und die Aufgaben sind nun neu gemischt, sodass du dich nicht an die Reihenfolge gewöhnst und so kannst du das also immer schön durch gehen und meine Mitglieder finden im Campus natürlich auch das entsprechende die Tabelle die ich euch gezeigt habe oben in den Materialien gut dann wünsche ich euch viel Spaß damit vergesst nicht euch für meinen kostenlosen Gedächtnis Crashkurs für deutsche Grammatik einzutragen ich freue mich natürlich über Likes und über noch ein paar mehr Abos bis dann das war Peter Heinrich von easy daf .de bis dann Tschüss